Was ist denn jetzt los? Der König hat sich beschwert. Unser Auto quietscht. Na und? Was soll ich denn da machen? Ja, helfen. Hast du ein Antiquietschmittel? Das hab ich. Von der Quietscherei muss ich aber erstmal eine Hörprobe haben, gell? Könnt ich das Geräusch noch einmal hören, bitte? Mal hab'n Klick. Da hab ich noch eine ganz kleine Döse davon, bitte.